Mehr als sieben Monate nach der Parlamentswahl in den Niederlanden hat die neue rechtsgerichtete Regierung ihre Arbeit aufgenommen. Als Ministerpräsidenten vereidigte König Wilhelm Alexander den ehemaligen Geheimdienstchef Dick Sroff. Der 67-jährige parteilose Politiker tritt die Nachfolge des langjährigen Regierungschefs Marc Rütte an. Sroff will mit seinem Kabinett unter anderem die, Zitat, härteste Asylpolitik aller Zeiten umsetzen. Die rechtspopulistische PVV von Gert Wilders hatte die vorgezogene Parlamentswahl im November gewonnen. Wilders wollte eigentlich selbst Regierungschef werden. Seine islam- und EU-feindlichen Haltungen erschwerten jedoch die Bildung einer Koalition. Mitte März erklärte Wilders schließlich seinen Verzicht auf das Amt des Ministerpräsidenten. Daraufhin gelang es der PVV, sich mit mehreren Parteien auf die Bildung einer Koalition zu einigen.